hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von die sims 4 ich muss mal gucken gibt es nicht hier so eine art traumfänger dass wir das problem mit den albträumen lösen können traumfresser in kinderdeko so was brauchen wir vielleicht oder müssen wir mal gucken vielleicht helfen hilft das ja machen wir die mal hierhin auch in blau vielleicht haben die dann weniger albtraum probleme vielleicht klappt das dann besser so dann machen wir den hier aber noch in einer anderen farbe passend für kala maria so schon wieder traurig ja geht doch schlafen meine liebe so frühling halleluja das heißt wir können hast du dir was zu essen geholt nein hast du nicht warum nicht stellung ne öffnen so jetzt er schläft schon wieder okay das darfst du dann noch weg werfen ja wenn frühling ist dann können wir auch bald mal anfangen außen das gelände zu gestalten da freue ich mich auch schon sehr drauf dass man mal ein bisschen mehr als nur den hof hier haben dass man auch mal ein richtiges gelände haben stelle vielleicht für die tiere so meine idee brauchen wir noch ein bisschen mehr geld das darfst du dann auch gar mal aufräumen so wie arbeitet er denn neun stunden hat er noch bis zur arbeit und er müsste noch mal level 2 der feinschmecker kochfähigkeit erreichen okay dann müssen wir auch noch dann müssen wir auch noch ran aber jetzt muss er erst mal ein bisschen wach werden und dann hoffe ich dass unsere kiddies mal durch schlafen schon mal ein bisschen weniger müde und satt bist du auch du kriegst langsam hunger und du müsstest mal aufs klo dann müssen wir dich gerade mal aufwecken dass du hier mal das töpfchen gehst ja wütend weil er aufs klo muss bis ein kleiner hitzkopf karl du bist ein kleiner hitzkopf manchmal immer gespannt wie die kiddies sich entwickeln wenn sie größer werden da bin ich echt mal sehr gespannt drauf ja vor allen dingen wenn man dann mal ich denke mal dass ich mit ihr dann weiterspielen werde dass sie hier den hof quasi übernimmt und die anderen die zwei jungs dann je nachdem ausziehen also du kriegst langsam hunger ne wo bist du fühlst dich unwohl wegen krankheit oder müssen wir medizin bestellen äh mehr auswahl bestellung da medizin kaufen so kauf mal eine medizin so die ist bei karl haben inventar nehmen dass du wieder so fit bist säubern und dann kannst du ihm mal äh ihn mal aufwecken und ihm was zu essen geben so der karl müsste gebadet werden äh das darf der papa gerade mal machen mehr auswahl kinderbetreuung schaumbad das ist jetzt nur das eine klo sauber gemacht karl das ist jetzt nicht wahr oder naja darf sie anders später auch noch ich meine wird noch eine putzfrau bestellt wann kommt denn die wir haben doch service bestellt oder wollte ich das nur reinigungsservice ne haben wir doch wo ist denn der wo ist der reinigungsservice so äh darfst du an die wäscheleine hängen du badest in karl das ist gut danach darfst du dann mal das noch machen gerade mal gucken ach so wir müssen ja erstmal haha wir müssen ihn erstmal füttern so äh mehr auswahl essen geben tantienbericht sehr gut wir haben wieder ein bisschen geld gekriegt nicht viel aber ein bisschen karl ja kommst du wieder hoch sehr gut so muss das sein so papa so papa darf gerade mal noch die wäsche aufhängen dann darf er sich was zu wäsch äh zu essen machen aber danach darfst du dann erstmal ach so geht noch nicht so karl ist glücklich so das jugendfest hat begonnen okay es ist irgendwie fast jeden tag ein fest kann das sein äh überleg grad du gehst vielleicht besser nochmal pennen oder du machst nach am mittagsschläfchen das geht auch so schönes brot lecker ach karl nicht drin rummatschen essen genau so ist gut so ist gut sehr gut ähm so dann kannst du ihn nein du machst nicht das du machst hier jetzt äh ein gourmet menü zubereiten Knoblauchnudeln familiengröße bitte so du lässt ihn bitte raus karl karl so hat die feinspecker kochfähigkeit erworben sehr gut karl karl was machst du da stehst einfach rum und tust nichts muss ich mal wieder speichern manchmal hilft das ähm karl sehr gut jetzt reagiert jetzt reagiert sie karl 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 sehr schön sehr schön so dann darfst du das nachher noch wegräumen karl so wie sieht es bei dir aus du müsstest gebadet werden aber erstmal darf die karl ne, Hunger hat sie nicht. So, er hat 25% erledigt. Er müsste also noch mehr kochen. Dann darfst du gleich nochmal eins machen. Aber nicht das. Nochmal ein Feinschmecker-Menü. Äh, Pasta Primavera. Eine Einzelportion, aber. So, du kriegst auch langsam Hunger. Du könntest dir das hier holen. Filet Wellington essen. Das ist die Idee, das können die sich ja holen. Ne? Dann brauchen die nicht immer in die Hochstühle. Das ist, glaube ich, sehr viel geschickter. Du bist weitestgehend noch satt. Du spielst mit Einie. Okay. Du wolltest, möchtest baden, ne? Äh, wie müde ist Carla denn? Ja, baden sollte noch drin sein. Ähm, baden. So, du kochst noch. Du könntest mal aufstehen, Carl. Das Essen wird nicht gebracht. Du musst schon hinlaufen. Machen wir es halt mal anders. Hier hingehen. So, das stellen wir mal runter. Und dann kannst du das nämlich essen. Gehst du jetzt runter? Ja. Carlos hat Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht. Sehr gut. Ach, Carl. Hier hingehen. So, der ist glücklich. Sehr schön. Sie schläft noch. Sehr schön. Das ist herrlich. Äh. Nein, wollen wir nicht. Was machst du? Absetzen. Okay. Wo auch immer. Du müsstest mal aufs Klo. Dann darfst du das nochmal säubern. Dann das verwenden. Und ich frage mich, wann unsere Putzhilfe kommt. Hm. Michelle muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ups. Stimmt ja. Wann hat denn der eigentlich frei? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Okay, also. Übermorgen. Er ist angespannt, weil. Sehnsucht nach Spaß. Oh, okay. Sehnsucht nach Spaß. Bitte danach in die Waschung. Ah, der Schnee taut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann können wir uns bald noch um Hühner und so kümmern. Vielleicht sollten wir dann einen Butler oder sowas einstellen. Ups, er muss aber dringend. Na ja, Zeit zum Saubermachen ist noch. Du kommst runter. Sehr schön. Und kannst dann dein Filet Wellington essen. So, du kriegst auch langsam Hunger. Den müssten wir das mal runterstellen. So, dann kann sie das nämlich auch essen. So, Karl. Einmal Filet Wellington essen. So. Du darfst dann auch mal runterkommen. Hier hingehen. Das ist eine gute Lösung. Eigentlich, wenn man das runterstellt, dann brauchen die nicht in den Dings. Und können, äh... Können auch recht einfach essen dann, ne? Du wirst müde. Willst mit Carlos sprechen. Okay. Hauptsache, du isst. So, du bist glücklich. Du bist sauber. Du bist auf dem Weg hier runter. Carla Maria. Vielleicht auf dem Weg hier runter. Du kriegst erst was da ist, wenn du losmarschierst. Vorher gibt's nix. Eigentlich ne ganz einfache Sache. Was machst du hier? Du solltest zur Arbeit. Du sollst Carla Maria nicht absetzen. Du sollst zur Arbeit gehen. Michelle. Aber hopp! Carla Maria kann alleine laufen. Ja. Einfach dem Bruder mal was voressen. So macht man das. So läuft das. So geht das richtig. Aber die verstehen sich gut, die zwei. Das finde ich schön. Können die damit eigentlich schon spielen? Ich glaube noch nicht, ne? Dafür sind sie noch... Das habe ich zu früh geholt. Er geht zu Aini. Okay. So, du schläfst. Michelle ist zur Arbeit. Halleluja. Mal wieder zu spät. So, du bist traurig. Weil Hunger, ja. Du bist ja auf dem Weg. Hätte Michelle dich nicht unbedingt absetzen wollen. Wohl auch immer. Wärst du ja schon längst unten. Wer heult denn? Traurig, weil... Kein Elternteil in der Nähe. Traurig, weil... Er schöpft. Schlaf doch. Du gehst auch pennen. Das ist gut. Mama muss auch mal schlafen. Du bist traurig, weil hungrig. So, aber du hast dir was zu essen geholt. So, einmal Feinschmeckergericht. Das ist natürlich praktisch, wenn der Papa das üben muss. Dann gibt es viele Feinschmecker-Sachen. So, und ich denke, dann würden wir in der nächsten Folge mal ein bisschen bauen, ne? Dass wir das Außengelände mal hier fertig kriegen. Jetzt ist es abgetaut. Da können wir dann mal loslegen. Und, äh... Gucken, dass wir hier... Vorwärts kommen, ne? Ja, die Folge ist dann jetzt auch so ziemlich um. Ich sage danke fürs Zuschauen. Immer noch traurig. Weil kein Elternteil in der Nähe... Ähm... Bist aber ansonsten zufrieden? Dann könntest du eigentlich... Mal hier hochgehen und... Oh, du hast doch das Ding hier in der Tasche, ne? Ne, du hast nichts im Inventar. Okay, dann könntest du hier mit dem Puppen... Mit Puppen spielen. So, ähm... So, ähm... Wer bist du? Maria Watson? Mit Fremden reden. Mach du mal. Wird vielleicht ne gute Freundin mal. Mit Fremden reden? Jumbo! Jumbo! Jetzt haben wir eine Mehrauswahl. Tischmuck wurde nicht geliefert. Michelle liefert die Speisen für eine große Party eines prominenten Auftraggebers. Alles läuft perfekt, bis Michelle feststellt, dass der Tischmuck nicht geliefert wurde. Er kann entweder etwas improvisieren oder darauf verzichten und hoffen, dass es niemandem auffällt. Wir improvisieren mal. Wer hätte gedacht, dass ein wenig Kaugummi, Angelsehne und Baumwollkugeln bei den Gästen so beliebt sein würden? Leistungsverbesserung klein. Sehr gut. Sehr gut. Ähm... Was haben wir denn an Mehrauswahl? Wir können gemein sein. Okay. Ja, aber damit sage ich dann jetzt auch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.